Montag ist Wohntag. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur Höffi Show. Ich bin Claudia und ich habe heute ein super kuscheliges Produkt für Sie. Das ist nicht der Dirk, der neben mir sitzt, sondern ganz tolle Felle. Aber herzlich willkommen Dirk, schön, dass du da bist. Schau dir ja, grüß dich. Wir haben heute wunderschöne Lammfelle für Sie. Und eigentlich muss ich die ganze Zeit schon streicheln, weil sie sind super soft und warm und kuschelig und weich. Was ist so Besonderes an den Fellen, Dirk? Also das Fell, das ist ein australisches, also 100% australisches Lammfell. Also kommt aus Australien. Ja. Ja, und das haben wir hier in drei Farben vorrätig und das ist wirklich sehr kuschelig, sehr angenehm. Du musst die ganze Zeit streicheln, ne? Ja, das ist fein, finde ich auch. Das ist voll schön. Absolut. Das heißt, es ist echtes Lammfell, das heißt keine Kunstfaser ist drin. Keine Kunstfaser drin, nein, genau. Es ist super flauschig und fluffig. Wie lang sind die Haare in etwa? Circa 7 cm. Und es hat einen sogenannten Ökotex-Label oder Ökotex-Standard. Was heißt das? Das ist Ökotex-zertifiziert. Also das heißt, die Färbung, das wurde wirklich ohne Chemie vorgenommen. Also das ist rein, also auch für Allergiker geeignet dadurch. Also daher ist das wirklich ein super gutes Produkt. Ja. Und die Farben sind richtig cool, liebe Zuschauer. Sie sehen das hier einmal wirklich knallpink. So ein bisschen mein Favorit. Du hast gesagt, man kann das sogar ins Auto reinlegen, oder? Absolut. Also in der Sommerzeit, ne? Im Sommer, da kühlt das schön angenehm. Und das legen sich viele. Vielleicht wird es nicht unbedingt eine von den drei Farben, aber gut. Aber das ist wirklich angenehm, es kühlt. Okay. Also wir haben einmal das Pink, einmal das Rosé und das Ozeangrün. Und du sagst, es kühlt sehr im Sommer. Aber woran ich jetzt gerade so denke, wir haben Winter irgendwann, ne? Es ist total kalt und man muss aus dem Bett rauskriechen. Und dann so, wenn die erste Fußspitze so aus dem Bett rauskommt und wenn da vielleicht so Fliesen sind oder so ein kalter Wohnen möchte, dann möchte man am liebsten ja wieder rein ins Bett. Ist bei dem aber nicht so, ne? Das ist nicht so. Also wenn man da direkt nach dem Aufstehen seine Füße drauf legt, das ist wunderbar warm. Unkuschlig. Unkuschlig, absolut, ja. Kann ich das zum Beispiel auch ins Bad legen? Ins Bad kann man das auch legen. Das ist möglich. Definitiv. Und dann hast du mir heute auch erklärt, das Fell ist nicht geklebt, sondern genäht. Und das ist auch ein besonderes Qualitätsmerkmal, richtig? Das ist ein Qualitätsmerkmal, genau. Wir können das hier auch nochmal kurz zeigen. Richtig, das ist sauber. Der Rücken ist dann sauber mit dem Lammfell an sich abgenäht worden, sodass jetzt nicht irgendwie nochmal Kleber auf der Rückseite vorhanden sind. Auch wegen dem Ökotech-Standard halt, ja. Ja. So, und Sie fragen sich jetzt bestimmt, finde ich ganz toll, was kostet das? Dirk, was kostet das? Wir haben hier einen Preis für die eine Woche, reduziert von 79 Euro auf 49. 49 Euro, wirklich ein super toller Preis. Für eine Woche, liebe Zuschauer, können Sie dieses wirklich schicke Fell kaufen. Bei uns natürlich immer stationär. Kommen Sie gerne zu uns und lassen Sie sich beraten. Vielleicht sogar von Dirk. Sehr gerne, warum nicht? Natürlich. Sie können natürlich auch online kaufen oder auch per Hotline bestellen. Und wir zeigen Ihnen jetzt nochmal etwas detaillierter unsere schönen Fälle. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, das, liebe Zuschauer, sind unsere teuren Lammfelle, die wir Ihnen heute vorgestellt haben. In grandiosen Farben, Ozeangrün, Pink und Rosa ist zur Auswahl oder ein leichtes Rosé. 100% Lammfell, das heißt komplett natürlich hochwertige Qualität, weil die Felle sind vernäht und nicht verklebt. Und Dirk, vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, der Ökotex-Standard bedeutet? Der bedeutet, dass die Ware nicht chemisch gefärbt wurde. Das sind also alles Vorgänge, die wirklich ohne Chemie vorgenommen werden und dass die dadurch auch für Allergiker sehr gut geeignet sind. Und das heißt, wir haben eigentlich auch hier immer Unikate dabei, richtig? Denn wenn es ein natürliches Produkt ist, man kann es ja nicht reproduzieren. Genau, also es kann leichte Abweichungen in dem Maß geben, also circa sind die immer auf 70 bis 1 Meter. Es kann aber mal sein, dass der 68 mal 1,2 Meter, das sind eben die Maße, wo es ein bisschen unterschiedlich ausfällt. Und auch die Form, also die Form ist nie so 100% gleich. Und daher kann man wirklich sagen, jedes Stück ist an sich ein Unikat, ja. Und was ist deine Lieblingsfarbe? Ozeangrün. Ozeangrün, das habe ich mir fast gedacht. Meine ist Pink und vielleicht nehme ich mir das sogar mal mit ins Auto, mir das heute mal testen. Bring mich direkt runter. Prima, das ist ein Deal. Okay. Vielen Dank, Dirk. Gerne. Und wir, liebe Zuschauer, wir sehen uns dann nächsten Montag wieder, denn Montag ist Montag und dann haben wir wieder ganz tolle Produkte für Sie. Bis dahin, tschüss, machen Sie es gut. Bis dahin, tschüss, machen Sie es gut. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss. Vielen Dank.